hey leute was geht war dann wieder am start und ja auch schnell ein gameplay aufnehmen und ein weiteres live kommt ja hier auf meinem kanal damit um halb drei morgens am 25 ich habe jetzt relativ viele gameplays hochgeladen alle die ihr vor dem video gesehen habt alle gameplays habe ich alle heute aufgenommen also geht auf jeden fall mal klar ja die geile auf allerdings muss ich definitiv noch besser in dem game werden wollte aber keine ahnung ich habe ab und zu paar gute runden aber ich muss die maps besser kennen und alles ihr wisst bescheid wir brauchen versterbung bin festgenagelt Mann, du Hornsone, egal, ich hab dich noch, du Bastard, räudiges Kind, leg dich nicht so scheiße dahinten. Mann, ich stehe absolut negativ, Leute. Egal. So, nein. Komm schon, let's go. Zack. Digga. Dieses freudige Kackchen. Was ist das? Achan? Da, da, da. Was ist der? Komm Scheiße, was wir die schön im Spawn halten Digga, Alter Locker kommen die jetzt eh hier irgendwo Hier werde ich schon angeschossen, Alter Kannst mal verpissen Digga, Alter Oh mein Gott, geh verkaufen Nein, Digga, er hat den Turn-On kassiert, Alter Okay, ist immer noch unser Spawn, so wie es aussieht Zack, Alter, zack Guckt euch das Aim an, es ist on point Oh fuck off, Leute Nein Du Horensohn Push mir doch nicht so hart hinterher Oder wird schon mein Arschloch lutschen, Alter Ja, genau, 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 genau Komm schon, Alter Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft Die, 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 die Alter, er kommt auf nach so'nem Fünf-Meter-Sprung Vá-teigal, der eine ist noch down gegangen Easy, easy, easy Nein, Digga, die Netfeuer war so pro. Ja, ich wusste es, Alter. Nein, Digga, das wäre so eine krasse Törnung gegeben gewesen, hätte ich ihm das teilgetrieben. Der hätte so verkaufen gehen können, zack, ohne, soll ich jetzt in meinen eigenen Nade trennen Okay. Nein, Gott, zwar. Wir haben die Feuerhoheit verloren. Okay. Ja, ja, der Feiter hat einen schweren Verlust durchbrechen, alles klar, easy going, Digga. Hallo. Also langsam bin ich eventuell ein bisschen zu müde zum Zeiten, ich weiß es nicht. Ja, Bums, mein Leben, nach der Runde gehe ich offline, Alter. Also das heißt, dass wir die letzte Folge, die ich schon aufnehme, peel auf. Samstag bin ich weg. Obwohl, Samstag bin ich auch weg, fuck off. Egal, dann kann ich trotzdem ein bisschen was aufnehmen. Ja, die Runde sollen immer verlieren, Alter, wie knapp ist in die Runde. Wir müssen die punktemäßig immer clash auf, Alter, scheiße, das wird scheiße knapp. Aber das macht die Sache spannend, Alter. Die Ritz-X-Bombe wird abgeworfen. Hohrensaugen. Vorricht, wir sind in der Luft, den Zielbereich schützen. Da, 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 da. Oh, erstmal 5-L, Digga. 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 Feindliche Bombe im Anflug, in Deckung. Die Feinde mit ihren Bomben, Alter. Da kommt einer, oder? Okay, nö. Oh, diese Shotgun-Furze, Alter. Ja, genau. Digga. Wechselt eine Waffe in die Kuh und so weiter. Richtig fetter Shotgun-Buster. Der Spendlich mal was Dickes in der Hand halten kann, Alter. Dieser Bastard, oh mein Gott, die Nate war so schlecht geschmissen. Egal, das war geplante Taktik zur Ablenkung. Und dann komme ich noch nicht von da und denkt er sich schon, oh, er kann keine Granate schmeißen. Dann hat er bestimmt auch keinen Aim. Und dann bummst ich ihn so weg, Alter. Alter, er steht schon wieder da, seine kleine Mutter. Ja. Ist okay geworden. Die 15.15 geht ja nur noch voll fit. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hau da rein. Wenn es euch gefallen hat, ist ein Like und ein Abo da. Und tschau.